Es ist einfach schön, hier nochmal andere Leute zu treffen als in Hamburg und Berlin. Es ist einfach schön, auch hier mal herzukommen und Hermann Bülbecker schafft es ja auch wirklich, Leute zusammenzubringen, die alle was zu sagen haben, die sich was zu sagen haben und er macht das mit so großem Enthusiasmus und so großer Leidenschaft. Es macht einfach Spaß, einfach ein toller Typ. Ich kenne Herrn Bülbecker ja auch von Veranstaltungen aus Berlin. Wir haben schon manchen schönen Abend auf mancher Veranstaltung da verbracht und da freue ich mich auf einen schönen Abend hier. Also der Landesverdienstorden wird ganz, ganz selten verliehen. Johannes Rau hat ihn als Ministerpräsident einmal gestiftet. Es gibt überhaupt nur 1500 Ordensträger, das ist sehr, sehr wenig und Hermann Bülbecker ist einer, der weit über seine unternehmerische Tätigkeit sich für die Allgemeinheit engagiert und deshalb ist ihm vor wenigen Tagen der Landesverdienstorden verliehen worden. Er hat ihn hoch verdient. Ich finde es ist einfach ein Mann, der seine geschäftlichen, seine unternehmerischen Qualitäten mit viel sozialem Engagement und auch mit dem Engagement für bestimmte Themen verbindet. Und das finde ich eben großartig. Da hat jemand den Landesorden gekriegt, der ihn mehr als verdient hat. Heute Abend feiern die Aachener den Pferdesport und eine weltweit wirklich unerreichte Pferdesportveranstaltung. Da stehe ich mit großem Stolz daneben und staune, wie gut man Pferdesport organisieren kann. Zunächst war die Eröffnungsschau sensationell. Unglaublich viele Pferde, was ja beim Reitturnier gar nicht so ungewöhnlich ist. Aber wirklich auch eine gute Inszenierung und die Media Night Party ist ein absoluter Eins. Da muss man dabei sein. Wer das nicht erlebt hat, viel verpassen. MÜZİK 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 Vielen Dank.